Hilfe! Hilfe, Freunde! Hilfe! Gucken wir mal da, was auf mich zugeflott kommt. Ich glaube, das sind außerirdisches. Nee, sind kein außerirdisches. Ich habe jetzt ein paar schon kaputt gemacht. Das ist ja nur Wasser. Ich glaube, das ist Seife. Seife. Ja, mein Herrscher hat sich fast tot gelacht. Er hat gesagt, das sind doch nur Seifebladen. Ach, meine Nerven, meine Nerven. Jetzt, wo ich doch ihn gebeißt kann und ich ihn geplatzt, da habe ich gemerkt, dass das Nase auf meiner Nase ist. Ja, macht er mich verschrecke. Der findet das witzig. Ja, naja, aber mir fällt doch bestimmt auch noch was in, wo ich den verschrecke mache. Ja, jetzt muss ich die Art überlachen. Aber im Moment, ich habe gedacht, da kommen wir da außerirdische. Ich mache die andere jetzt Ackerbund. Tschüss, meine Freunde. Tschüss, euer Merlin.